Was weiß ich denn, was hier, was man nehmen soll? Ich nehme einfach mal den. Der hat einen lustigen Bart. Keine Ahnung. Kann ich auch wieder die Waffe wechseln? Ich habe gar keine Ahnung. Wir spielen den ganz normalen Multiplayer. Oh, Heli. Und guck mir den mal an. Wie die ganz normale COD-Multiplayer. Den gibt es ja auch. Den gucke ich mir gerade an. Ich habe halt null Ahnung, was ich hier gerade genommen habe. Für eine Klasse, für eine... Speck. Gar keine Ahnung. Ah, da kann ich die Waffen auswählen. Also am Anfang, ich habe noch nichts eingestellt. Den meint das? Nee, hat sich geändert. Was ist X? Was ist E? Oh, was habe ich getan? Was macht das? Was macht das? Hallo? Keine Ahnung. Lass uns doch mal stehen, ne? Jetzt musst du mal... Jetzt musst du aufhören. Bam! Einfach im Nahkampf. Wer braucht denn schon andere Waffen? Was ist das? Ich habe auch keine Ahnung. Das nehme ich auch mal mit. Ich nehme einfach alles mit, was ich so sehe. Man weiß ja nie... Ah, ich bin tot. Kriege jetzt die neue Waffe. Ah, jetzt habe ich eine vernünftige Waffe. Ah, das ist meine erste Runde. Deswegen, ich habe gar keine Ahnung. Man merkt es vielleicht, dass ich keine Ahnung habe. Oh Wunder, oh Wunder. Da ist einer gewesen, Kollege. Pass auf. Da ist der... Ah, ist tot. Ja, genau. Kriege ich einfach irgendwie so einen One-Shot oder was? Ich suche keine Ahnung. Guck, wie schlecht ich bin. Vom Score. Bin der... Humpelmann der Gruppe. Der Loser. Ich weiß auch nicht, was X ist. Ist das... Ah, dann heile ich mich einfach. Auch mal gut zu wissen, ne? Hört ihr einem hier nicht als Tales. Du bist halt hier reingeworfen, so. Und im Motto, ja. Viel Glück. Du bist jetzt auf dich allein gestellt, Junior. Aber wir haben Kill. Ich glaube, wir müssen erobern eigentlich. So. Ach, wir müssen defenden. Wusste ich natürlich. Eben war doch hier... Eben konnte ich die Gegner auf der Map so schön sehen. Aber jetzt gar nicht mehr. Überall explodiert alles. Schöne Autos. Ich kann einfach nur so richtig verwirrt auf dieser Map umher. Hallo, ich habe hier gekehlt. Defend. Au. Der hat uns beide rasiert. Ich glaube, das ist ein Pro. Ich glaube, der ist Profi. Dass wir verloren haben, da können wir leider nichts für. Wie kann ich denn, äh... Granaten werfen? Frage für einen Freund. Ich weiß immer noch nicht, was das ist. Das... Ich verstehe jetzt nicht. Oh lol. Ich habe jetzt so eine Verbindung gebaut. Krass. War das schon... Eins zu irgendwas. Keine Ahnung, was passiert ist. Ich bin einfach... Oh, dieses epische Best Play. Oh mein Gott. Oh, das ist ein Hundebild. Habt ihr das gesehen? Wow. Er ist mein Held. Okay. Immerhin. Ich bin nicht der Schlechteste in meinem Team. Kann ich nicht meckern. Wie besteht das 1 zu 3 oder so ein Shit? Oh, da habe ich direkt ein Objektgefell geholt, ne? Au, au, au. Die schießen, die schießen. Die sind gewalttätig. Da muss man aufpassen. Da waren... Auf jeden Fall Leute, dachte ich. Mein, äh... Mein Denken... Ah! 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 Gesprayt wie ein richtiger Vollidiot. Ich mache mal was richtig Schlaues. Ich capture einfach. Ich stehe hier und erober einfach was. Ich erober einfach was. Da war einer. Da war einer. Ah! Aber wo ist der jetzt hin, der Dude? Mama! Nein! Ich kann Q drücken. So richtig... Ich kann Q drücken. Aber was macht der denn jetzt schon wieder Q? Wenn ich das aktivieren würde. Das ist die schöne Frage. Wir müssen nach B. Was würde Q machen? Ich mache mal in der Nähe von B. Q. Ne? Das ist doch meine Idee. Hundi! Los Hundi! Ja! Er hat ihn umgebracht. Was für ein toller Hund. Das ist mein Held. Der Hund hat rasiert. Guckt. Man sieht ihn. Ich ziehe den durch die Wand. Der rennt nach oben und macht. Richtig süß. Der kann aber ruhig ein bisschen mehr umbringen. B ist unser. Läuft auf jeden Fall besser als bei den Gegnern. Komm, ich halte direkt hier vorne auf. Das macht mein Hund auch schon, wa? Ja, wer hat den Hund getötet? Keiner da. Ja, easy. Das war ja 2 zu 0. Und ich bin auch dabei. Hey. Oh, er hat Play of the Game gemacht wieder. Wow. Guckt euch das an. Er rennt einfach und rasiert. Mit meinem Hund zusammen. Mit dem Hund zusammen. Der Hund ist das Ausschlaggebende gewesen. Wir müssen und sollten A defenden. Nebenbei werde ich hier noch belästigt. He's down. Kann ich hier jetzt nochmal... Ich will das nochmal testen hier. Ganz kurz. So. Das ist krass. Bin ich mal gespannt, ob das irgendwas bringt. Ich glaube nicht. Aber probieren. Aber ich muss mich heilen. Ich geh über studieren. Oh, ich hab sogar Ultraheilung. Ich hab sogar Plusplusheilung quasi. Enemy, enemy, enemy. Oh. Nein, das ist unser Haus. Nein. Ich hab Leute umgebracht. Ich kann mir drei jetzt eine Drohne holen, glaube ich. Oh. Game completed. Ich hab gar keine Ahnung, was ich gemacht habe. Was ist Ikea? Was heißt das? Kids? Oh, hier. Play of the Game. Da hab ich rasiert. So bam, 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 bam. Und dann hab ich nachgeladen. Und dann bam, 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 bam. Ohne Milch hätten die verloren wahrscheinlich. Das ist halt das Traurige. Aber ich carry das natürlich gerne. Kein Problem. Ich hab keine Ahnung, wie der Score hier ausgerechnet wird in dem Spiel. Das war bei der allererste Runde Multiplayer in Black Ops 4. Und ich fühl mich direkt wie so ein Pro. Guckt, direkt die Level am hochsteigen. Ich weiß einfach, wie das hier läuft. Ich weiß einfach, wie das hier läuft. Skip. Was did you have fun in this match? Ja. Also, das fand ich gut. Ich hatte Spaß. Die Gegner nicht so. Aber ich hatte Spaß. Das ist das Wichtigste. Boah. Ich hab gar keine Ahnung, was ich heute gemacht hab. Ich hab... Ich bin verwirrt. Aber es war lustig. Die Tuch war. Und ich bin eigentlich sehr. Ich bin ich heute mit ihmここ. Vielen Dank.